hallo zusammen heute was kurzes zwischenrhein ihr seht schon wo ich bin hinter mir ist eine schlähe die eignet sich ganz besonders gut für mein heutiges vorhaben traum in weiß ja da habe ich letztes jahr mal ein foto gemacht bei den buschwindröschen das sah super schick aus und da habe ich mir gedacht das nehme ich mir heute mal als challenge heraus es geht um fotos ja sehr weich mit wenig farben wer auf sowas nicht steht der ist vielleicht hier etwas verkehrt in dem video aber weiße blüten abbilden so richtig schön verklärt träumerisch das wollte ich erreichen und ja indem ich das motiv in den vordergrund nehme und dann dahinter versuch andere weise blüten reinzukriegen die sich dann weich auflösen und ein schönes bouquet ergeben ich werde es auch mal probieren mit blüte vorne unscharf und dann motiv und dann dahinter noch mal unscharf einmal schauen was sich ergibt lasst euch überraschen eine kleinigkeit noch mir hat erst jemand in den kommentar geschrieben da ist die kommentarfunktion deaktiviert leider kann man dieses video nicht kommentieren und das gehört doch zu youtube dazu und kann ich nur sagen jawohl hast du vollkommen recht und bei mir kann man eigentlich alle videos kommentieren bloß manchmal läuft da irgendwie was schief wer öfters schon mal youtube videos hochgeladen hat der weiß dass man da ja diese ganzen häkchen die man da ständig setzen muss die kann man aus anderen videos aus älteren übernehmen und das mache ich oft einfach um zeit zu sparen ist immer wieder dieselbe arbeit nur ab und zu übernimmt youtube da was falsch also ich hatte es auch schon zweimal dass die kommentare zuerst genehmigt werden mussten gut werdet ihr bei mir normal nicht erleben sollte so was sein bitte ich einfach um mithilfe schreibt einfach in das video vorher oder in ein anderes in den kommentar rein dein neuestes video kann man nicht kommentieren wäre ich euch sehr dankbar dafür das werde ich dann auch umgehend ändern ist eigentlich mein fehler ich werde auch in zukunft selber mehr darauf achten und die häkchen noch mal überprüfen ok und jetzt rein ins video viel spaß damit ja und so im detail will ich jetzt hier gar nicht einsteigen denn ich habe das mit verschiedenen kameras ausprobiert da war die fz 300 dabei mit der nahlinse von panasonic dann war die nikon d 750 dabei mit dem 105 millimeter makro objektiv von nikon und die gh5 mit dem leica 100 bis 400 millimeter ohne zwischenringe und das funktioniert mit allen sensorgrößen einwandfrei man muss ein bisschen rumprobieren ist gar nicht so einfach so eine richtig schöne blüte zu finden die man dann auch in szene setzen kann meistens stören mich hinten zweige die man noch so als striche sieht in dem bild macht es mir ehrlich gesagt nichts aus weil die stimmung irgendwie super schön ist trotzdem ist das bild leider nicht so gut weil der fokus sitzt an der falschen stelle mir hätte es besser gefallen wenn die schärfe hier auf diesen staubblättern hier oben gelegen wäre ja ich suche mir eine blüte raus die exponiert ist die sozusagen dann das motiv wird und eigentlich wäre das diese blüte hier gewesen schade das foto wäre eigentlich ganz in ordnung aber da ist genau das mit dem zweig da hinten der fall der im recht auf der rechten seite so quer durchs bild läuft der gefällt mir nicht und dann noch dieser dunkle fleck drin so nicht ja und das sieht finde ich recht schick aus und hier ist jetzt mal diese situation das motiv im mittelgrund vordergrund unscharfe blüte hintergrund sieht finde ich auch sehr schön aus und hier mal ein beispiel dasselbe bild mit zwei verschiedenen blenden hier ist die blende weiter geschlossen und hier ist sie weiter geöffnet das empfehle ich auf jeden fall wenn ihr solche aufnahmen macht spielt mit der blende rum es ist nicht immer gesagt dass die offene blende besser ist ausprobieren hier mal nebeneinander kann man es noch mal schön vergleichen sehen finde ich beide ganz gut aus die geschlossenere blende bringt ein bisschen mehr struktur hinten rein hier noch mal ein beispiel mit blende etwas mehr geschlossen gefällt mir sehr schön mit der struktur hinten die gefahr beim blenden schließen ist eben dass hinten das ganze kein schönes bouquet mehr gibt man muss so einen mittelweg finden und hier noch mal ein bild mit blende weiter geöffnet ja das ist geschmacks frage in dem fall und hier auch noch mal blende weit auf und hier geschlossene blende sieht man da wird es kontraproduktiv jetzt sieht man zu viel struktur hinten und links der zweig der von unten nach oben durchs bild läuft der sieht jetzt nicht so schön aus da sieht das ganze mit geöffneter blende viel viel schöner aus hier noch mal eine aufnahme mit schön weichen bouquet bei geöffneter blende und hier war die blende 4.0 und seht mal so sieht blende 5.0 aus wird sofort leicht konkreter im hintergrund sieht aber beides finde ich wieder sehr gut aus also das ist wirklich geschmacksfrage kann ich euch nur raten da ein bisschen zu experimentieren aber ganz ganz wichtig immer auch den hintergrund der blüte im auge behalten denn ja das ist mit entscheidend dafür ob das bild dann wirklich gut aussieht oder nicht das bouquet ist einfach mit das a und o ja und das war es auch schon für heute ich hoffe da waren ein paar nützliche tipps dabei ja das war es für heute wieder danke für euer interesse fürs zuschauen und bis zum nächsten mal servus na der war nix